Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite mit mir, dem HeroCarter aka Max aka Alone Weil ja Leute ich bin unterwegs und heute ist ein bisschen problematisch Ich spiele gerade über Handy und das ist nicht cool und das ist sehr kompliziert Ich hoffe euch gehts gut, mir gehts auf jeden Fall gut Und ja Leute, ihr habt schon gerade ein Lachen gehört im Hintergrund Aber ich sag euch nicht wer es ist, außer die Person redet jetzt Guten Tag Hört man das? Ich hoffe ihr kennt mich noch Wer bist du? Ich bin Freundin und Freunde Nicht Ex-Freundin und Freunde? Nein Du bist immer noch Freundin und Freunde? Ja Leute ihr habt es gehört Leute Wie gesagt ich habe es leider nicht geschafft ein richtiges Video aufzunehmen Die nächsten zwei Tage wird es wahrscheinlich auch nicht allzu anders sein Nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder anders sein Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel In dem Sinne Leute ich muss mich noch bei ihnen das Video schnell hochzuladen Ich wünsche euch einen schönen Tag Lasst einen Like da mit Lasst einen Like da mit Schauen Sie sich in den Link in den Sinne Haut drin Bis dann Bye 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 Bis zum nächsten Mal.